Das da vorne links auf der Bank ist Jimmy. Und der da rechts von Jimmy sitzt, ja genau der, das ist Willi. Beide sind Chips aus den 90er Jahren, völlig veraltet. Die haben ein, zwei Megabyte Speicher, kaum mehr. Das macht sie vergesslich und manchmal auch aggressiv, aber auch spaßig. Schaut mal, was für einen Stuss die loslassen. Sag mal, Willi, wer hat denn deinen Wasserrohrbruch neulich repariert? Das war die Firma Fuschowski to come and no go. Die hatten gerade eine Happy Hour Aktion. Zwei Rohrbrüche für einen. Ist das eine Rohrbruch Flatrate? Nein, du hast zwei Rohrbrüche und bezahlst einen. Aber wenn du nur einen Rohrbruch gehabt hast, dann bezahlst du ja auch nur einen. Aber dann hast du ja praktisch zwei bezahlt. Dummkopf. Wieso das denn? Pass auf, Willi. Wenn du zwei Rohrbrüche hast und nur einen bezahlen musst, hast du bei nur einem Rohrbruch aber für zwei bezahlt. Weil der zweite Rohrbruch frei ist und du nur einen Rohrbruch gehabt hast. Du Dödl, du. Mann bist du blöd. Ich bin doch nicht blöd, Mann. Blöd, blöder. Nein, du bist saublöd. Hörst mir die Schaltleiste runter, du, du, du. Na gut, aber vorher trinken wir noch ein. Auf die vielen Rohrbrüche, die noch kommen. bitch. gib Wein, bitch. her